Welcome back ihr Lieben! Heute mit meiner Tochter in der Trage, es geht leider nicht anders, sonst könnte ich gar kein Video aufnehmen. Ja, wir machen einen Depot-Rückblick mal wieder. Ich habe bei YouTube eine Umfrage erstellt, welches Video wollt ihr denn gerne sehen? Ich versuche es ein bisschen aufzubrechen, diese Struktur, nur immer sonntags ein Depot-Update zu machen, aber wenn ihr es wollt, dann bekommt ihr es natürlich. Und heute ist es der Fall, ich glaube, ich blende es nochmal ein, 45% haben glaube ich gesagt, ja, Depot-Update-Zeit ist wieder. Aber genau, da freue ich mich sehr drauf. Ja, es gibt viel zu erzählen, ich habe einen Wert dabei, der wirklich explodiert ist, wirklich schön, einer der langweiligen Werte, die vielleicht gar nicht so langweilig sind. Ich bin sehr gespannt, was ihr sagt. Wir schauen auf die Gesamtperformance gegenüber dem MSCI World. Ich will ja immer noch nach wie vor den MSCI World mittel- und langfristig outperformen. Das ist wirklich das Ziel von dem Depot. Also diesen Wunsch habe ich schon. Ob ich das schaffe, ist natürlich die zweite Frage. Und kurzfristig ist auch immer so eine Sache. Aber mittel- und langfristig, glaube ich, kann man das versuchen. Und wir schauen mal, das hat sich da nämlich auch was getan, wie es gegenüber dem MSCI World seit dem Depot-Start jetzt ausschaut. Und natürlich auch gegenüber dem Nasdaq schauen wir uns an. Genau, wir schauen auf die Gesamtperformance, aber auch auf die Einzelwerte vollgepackt, dieses Video. Auch mit meiner kleinen Tochter. Ja, und ich freue mich drauf. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Kommentiert mal, welche Werte liefen gut bei euch, welche liefen nicht so gut. Und welche Werte habt ihr aktuell auf der Watchlist auch? Wo überlegt ihr gerade? Ah, da würde ich jetzt gerne einsteigen. Würde mich sehr interessieren. Alles gerne mal reinschreiben. Und abonniert natürlich den Kanal, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Wenn ihr hier dabei sein wollt auf der Reise bei Einfach Aktien. Und natürlich auch in den Discord-Channel kommen, wenn ihr Lust habt, mit mir zu quatschen und mit der Community. Jetzt würde ich sagen, keine Zeit mehr verlieren. Wir gehen rein in den Depot-Rückblick der letzten Woche. Starten wir. Also gehen wir rein. Trade Republic. So, was ist passiert die letzten beiden oder drei Wochen? Wir hatten ja einmal die Zinsen in den USA. Okay, das war klar, die werden ein bisschen erhöht. Da wird jetzt aber anscheinend eine Pause passieren im Juni. Das ist schon mal gut. Wir haben Inflationsdaten, die zurückgehen in den USA. Auch das ist gut. Was noch ein Thema ist, ist aktuell natürlich die Bankenkrise. Und wir haben noch das Thema Rezession natürlich. Also zwei Faktoren, die noch so ein bisschen reinspielen, die auf jeden Fall den Markt unruhig wirken lassen aktuell. Ich finde aber trotzdem, eigentlich können wir optimistisch sein, weil der Weg ganz, ganz leicht die Richtung nach oben geht. Wenn wir diese Themen auch noch ausgeräumt haben, was natürlich noch ein bisschen dauern wird, dann wird es natürlich mit dem Aktienmarkt auch wieder wirklich gut laufen. Aber da müssen wir nach wie vor immer noch geduldig sein. Ich finde trotzdem, dass die Tendenz ganz leicht nach oben geht, sehe ich zumindest bei mir im Depot. Könnt ihr mir gerne sagen, ob das bei euch auch so ist oder wie euer Gefühl aktuell für die Börsenlage an sich auch ist. Gerne dazu schreiben. Wir gehen mal auf die Werte, die wir jetzt im Depot haben. 10 Werte wisst ihr, 10 an der Zahl. 6 von diesen Werten sind im Plus. Das ist wirklich, wirklich schön. Das ist sehr, sehr schön, weil je mehr im grünen Bereich sind, desto besser natürlich. Man mag natürlich grüne Werte im Depot. Das ist schön. 6 sind grün, 10 sollten es sein. Aber wir waren zwischendurch auch bei 8, glaube ich schon. Alles cool. Das wird natürlich Stück für Stück mit der Zeit dann auch dazu kommen. Wir gehen mal rein auf den größten Werten Microsoft. Mit 8% im Plus, 8,45% insgesamt im Plus. Wir gehen mal auf die Wochenperformance mit 1,1% im Plus. Microsoft läuft also nach wie vor immer noch, immer noch weiter, immer noch weiter. Ui, ein bisschen Probleme mit der Nase gerade, schnupfen, deswegen, falls ihr es hört. Läuft weiter die Wochenperformance, die Monatsperformance, trotzdem auch bei 10% im Plus. Wirklich, wirklich schön. Microsoft, also es läuft, es läuft nach wie vor. Aber ich glaube, ich persönlich glaube jetzt, dass Microsoft an so einer Stelle angekommen ist, wo sie im Chart wahrscheinlich eher wieder ein bisschen korrigieren, als dass sie jetzt weiter sofort zum Alltime High laufen, glaube ich jetzt, weil sie hier schon zweimal so ein bisschen aufgekommen sind. Wäre jetzt nur meine Vermutung. Wer jetzt bei Microsoft einsteigen will, ich würde persönlich eher noch so ein bisschen abwarten. Das wäre jetzt nur so meine Vermutung. Wir gehen weiter zum zweitstärksten Wert oder zum zweitgrößten Wert, LVMH. 0,74% im Plus die Woche. Bei LVMH merkt man aber auch im Monat, da geht es jetzt so ein bisschen seitwärts, was aber auch absolut cool ist, weil jedes Unternehmen muss zwischendurch auch mal durchschnaufen, was viel, viel besser ist, als wenn sie extrem nach unten korrigieren, sondern einfach mal so ein bisschen seitwärts laufen, das ist super. Was einfach auch wichtig ist für eine Aktie, um ein bisschen wieder auf den Wert zurückzukommen, weil LVMH auch richtig, richtig gut gelaufen ist die letzten Wochen, Monate ja eigentlich schon. Das ist ja krass. 45% bei uns insgesamt im Plus. Wobei ich jetzt aber auch dazu sagen muss, würde mich gar nicht stören, wenn das LVMH nochmal gut, ein gutes Stück zurückkommen würde, was wahrscheinlich eher nicht passiert. Aber wenn sie das machen, könnte man eben nochmal gut einsteigen oder nachkaufen. Das wäre natürlich auch super. Muss ich auch zugeben, klar. Gehen wir weiter zum drittgrößten Wert des Apple. Auch diesen im Plus mittlerweile oder auch schon länger eigentlich bei uns. 8% im Plus, die Woche über 1,28%. Wir gehen auf den Monat, schaut auch gut aus. Jahresperformance, auch da ein schöner, schöner Aufwärtstrend jetzt bei Apple, auch kurzfristig hier. Langfristiger sowieso, das wissen wir ja. Schön nach oben. Wer es da geschafft hat, genau wie bei Microsoft auch, da unten irgendwie so nochmal reinzukommen, der hat natürlich einen guten Kauf gemacht. Ist natürlich fast unmöglich, das dann abzutimen oder so, Market Timing. Aber wer es geschafft hat, Glückwunsch oder einen Nachkauf zu tätigen, mega, mega schön. Hier auch bei Apple, der hätte schön was mitgenommen. Bei Molina, Molina immer noch im Minus, ganz, ganz leicht. 2,22% im Plus. Entschuldigung, im Minus. Die Woche aber positiv, 1,07%. Der Monat geht auch, ja, es geht leicht nach oben. Es ist jetzt kein Tech-Wert, der super nach oben geschossen ist. Aber der Gesundheitsbereich erholt sich auch ganz, ganz leicht, muss ich sagen. Für meinen Geschmack jetzt. Und Molina schafft es mit Sicherheit auch demnächst bei uns in die Gewinnzone zu kommen. Würde mich sehr freuen. Wenn man ein kleines Sorgenkind bei uns im Depot ausmachen würde, dann wäre es sicher Amaresco. Aber auch da, muss ich sagen, ist natürlich auch eher eine Momentaufnahme, weil also Amaresco erstmal eine positive Woche, 1,42%. Der Monat negativ. Die müssen sich jetzt hier echt gut fangen. Das wäre ganz, ganz wichtig, auch für den Gesamtchart. Müssen wir mal schauen, ob sie das wirklich schaffen. Aber Amaresco ist halt auch eine der Firmen. Das merkt man auch bei ganz vielen anderen, die jetzt in diesem Jahr eher so ein Übergangsjahr haben, weil das letzte Jahr, 2022, einfach unglaublich stark war. Neuer Rekord für Amaresco. Über 50%, glaube ich, gewachsen im Jahr 2022. Wirklich schön. Und jetzt ist natürlich der Vergleich super schwer, in einem auch wirtschaftlich schweren Jahr. Das zu überbieten, ist einfach schwer. Bei manchen Unternehmen, das klappt halt einfach gerade nicht. Und das wird auch im Kurs natürlich eingepreist. Aber wenn man da festhält, an diesen Unternehmen, die ein tolles Geschäftsmodell haben, tolle Zukunftsaussichten, aktuell natürlich eher eine schwierige Phase. Aber da würde ich einfach versuchen festzuhalten, wenn man in solchen Werten drin ist. Jetzt nicht irgendwie die Flinte ins Korn zu werfen, würde ich nicht, wenn man davon überzeugt ist. Deswegen halte ich sie auch weiterhin natürlich. Obwohl sie jetzt 18% Minus sind. Aber ganz ehrlich, das kann in drei Jahren ganz, ganz anders ausschauen. Bin ich mir ganz sicher. So, wir gehen weiter zu Energiekontor. 3,89%. Wir gehen auf die Woche. Da ging es ein bisschen zurück, was interessant ist, weil es ging eigentlich super schön hoch. So bei 6% im Plus. Und dann ging es stark nach unten. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt eine News von Energiekontor war. Ich habe es jetzt nicht so verfolgt. Oder vielleicht von einem Mitbewerber oder so, die Quartals dann gebracht haben. Da kann es natürlich dann auch mal mit nach unten gehen bei einem Energiekontor. Der Monat dadurch auch leicht im Minus. Oder ja, 4% im Minus. Aber auch die Tendenz ist jetzt wirklich seit den letzten Wochen unglaublich gut. Jetzt schauen wir mal, wie Energiekontor jetzt auch weiterläuft die nächsten Wochen. Bin natürlich langfristig auch super bezeugt von diesem Unternehmen. Hulihan Loki. Natürlich immer noch ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen von diesem Finanzding, was wir gerade haben, von der Bankenkrise, die ja wirklich nicht vorbei ist. Sehen wir jetzt immer wieder, dass Banken übernommen werden oder einfach ins Straucheln geraten. Das ist noch nicht vorüber, die Nummer. Das ist halt das Problem. Aber Hulihan Loki konnte sich in der Woche zumindest erholen. 3% im Plus. Der Monat, es geht auch wieder nach oben. Bei Hulihan Loki ist es immer ganz spannend zu sehen. Da sieht man ganz gut, wann man einsteigen kann oder nicht sollte und dann wieder einsteigen kann. Es geht rauf, es geht runter. Und jetzt ist eigentlich für meinen Geschmack auch wieder ein ganz guter Moment oder jetzt auch gewesen, da nochmal mit reinzugehen. Genauso Church & Dwight. Sehr, sehr schöne Aktie, die mir gerade sehr gut auch wieder gefällt. Leichtes Wachstum hier. 0,23% im Plus. Wir gehen auf den Monat. Auch Church & Dwight läuft gut. Läuft wirklich, wirklich gut. Da kamen damals die Quartalszahlen mit dem Push nach oben. Sehr schön. Und eben auch ein schöner, schöner Trend hier von diesem Basiskonsumwert in diesem Jahr. Wirklich, wirklich gut. Und auch da, genau wie bei Hulihan Loki, sieht man immer ganz gut, wo man eben nicht einsteigt und wo man einsteigen sollte. Es geht rauf, es geht runter, aber langfristig geht es eben rauf. So, Nippon Suns, nee, sorry, da sind wir noch gar nicht. Jetzt sind wir erst bei Rexford, dem neuesten Wert im Depot. Dem Immobilienwert, dem Logistikwert bei uns. Die Woche geht leicht zurück. Wir waren bei Rexford aber auch schon ein bisschen stärker im Plus. Aber auch da gefällt mir die Tendenz. Wir haben sie ja eigentlich ganz gut jetzt gekauft in so einem Aufwärtstrend, wo ich glaube, dass sie den jetzt weiterführen können. Wir schauen jetzt einfach mal, wie es weiterläuft, dass sie sich da auf jeden Fall fangen. Insgesamt bei uns 0,5 Prozent im Plus. Ganz, ganz leicht, aber ich glaube, die Tendenz ist ganz gut. Und wenn dann irgendwann, das kann natürlich noch echt länger dauern, aber wenn dann irgendwann die Phase kommt, wo wir sagen, ja, wir sprechen von Zinsabsenkungen, dann ist es für die Immobilienwerte dann wirklich ein tolles Zeichen. Natürlich, dann könnte ich mir vorstellen, dass die dann auch wieder wirklich mit nach oben ziehen. Aber ich glaube, der Moment ist auch gar nicht so schlecht, jetzt da mal mit rein zu gehen, weil wir ja gehört haben, ja, im Juni wird es jetzt erstmal keine Zinserhöhung geben. Mal schauen, was dann passiert. Hängt natürlich viel mit der Inflation dann ab und so weiter. Ja, wir gehen jetzt zu Nippon Suns und das ist der Wert, der wirklich schön überrascht hat die Woche. Ich gebe auf den Wochenchart fast 10 Prozent nach oben geschossen. Gute Quartalszahlen von Nippon Suns, die zeigen, dass sie mit der Krise gut klarkommen. Ein wirklich unterschätzter Wert, ein unterschätzter Markt in Japan. Warren Buffett ist der Einzige, der so ein bisschen, finde ich, Licht auf diesen Markt wirft in Japan, der wirklich viele, viele gute, gut wirtschaftlich aufgestellte Unternehmen auch am Start hat. Und Nippon Suns ist eben eins dieser Unternehmen im Industriegasebereich, die einfach abliefern und die zu einem sehr, sehr günstigen Zeitpunkt wirklich auch, ja, die ich eingesammelt habe, natürlich nicht so viel, leider nur 10 Anteile, aber trotzdem, wirklich eine schöne Firma da, wo ich, wenn die irgendwann nochmal stark runterkommen sollten, natürlich auch nachlegen möchte. Weil ich wirklich auch das Geschäftsmodell cool finde und gut finde und langfristig wirklich ein schöner, schöner Dauerläufer ist. Sehr schön. 13% bei Nippon Suns, bei unserem Industriegasewert insgesamt im Plus. Wir gehen jetzt auf die Gesamtperformance in der Woche, schauen uns die Performance im Vergleich zum MSCI World und den Mastec an und schauen dann bei X2i.tf noch den Vergleich, wie wir jetzt langfristig uns auch schlagen gegen den MSCI World, den Gesamtmarkt. Die Woche bei 1,47%, es geht nach wie vor aufwärts, das ist schön. Die Monatsperformance auch, es geht nach oben, es geht nach oben. Die Tendenz stimmt also, das ist, was ich vorhin gemeint habe. Also die Woche, was haben wir gesagt, 1,47% im Plus. Wir gehen zum MSCI World. Wie konnte der sich dann schlagen? 0,91%. Wir konnten den also so ein bisschen outperformen in der Woche, das ist schön. Das sehen wir uns auch gleich mal in der Gesamtperformance dann an. Der Nasdaq, wie lief der? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ah ja, 0,39% nur. Ich dachte jetzt, der wäre stärker gelaufen. Okay, das ist aber cool. Wir konnten also beide Vergleichsindizes also in dieser Woche outperformen. Das ist schön. Und der Bitcoin kommt ein bisschen zurück bei 5,74%. Großes Thema, halbwegs nächstes Jahr. Da wird der Bitcoin auch wieder anziehen bis dahin wahrscheinlich. Wie gesagt, bin kein Experte im Kryptobereich, aber auch da wird es natürlich auch wieder weiterhin nach oben gehen. Aktuell geht es eher seitwärts oder so leicht nach unten. Insgesamt würde ich sagen, eher erst mal seitwärts. So und jetzt ganz, ganz spannend. Schauen wir uns mal bei X-Ray DF mal die Gesamtperformance seit dem Start des Depots an gegenüber dem MSCI World und wir schauen auch auf die Allokation in den Ländern und den Sektoren. Will ich auch nochmal zeigen. Falls ihr das Depot noch nicht kennt, weil es kommen ja auch immer ein paar neue Leute dazu, dann zeige ich euch das natürlich nochmal. Wir haben also eine Gesamtperformance insgesamt seit dem Start ungefähr bei 2% im Minus, aber wir sehen auch die letzten Monate, die Tendenz stimmt auch absolut. Es geht nach oben, es geht nach oben. Insgesamt das Depot, da gehe ich mal kurz auf einen anderen Reiter, weil da sieht man schön die Jahresperformance. 10% im Plus. Year to date seht ihr hier, wir sind mit dem Depot 10% dieses Jahr im Plus, was ich wirklich, wirklich einen schönen, starken Wert finde. Seit einem Jahr ist es bei plus 2,68% und seit dem Start, also der Auflage des Depots, bei 2% im Minus. Also die Tendenz, wenn ihr seht, aber das letzte Jahr geht eigentlich schön nach oben. Wie gesagt, also seit dem Jahr, also das Jahr 2023, wirklich, wirklich schön, kann ich mich echt nicht beschweren mit 10% im Plus. Wir gehen aber mal zum MSCI World, weil das ist der Vergleich. Das ist einfach der Vergleichsindex. Seit dem Vergleich ist es so, dass wir, wenn ich jetzt den Punkt finde hier, ganz am Ende, genau, das steht jetzt 2% im Minus der MSCI World seit dem Vergleich des Depots von mir jetzt. Am 15.02.2022 haben wir das gestartet. Also wir sind jetzt gleichauf, wir sind quasi wieder auf Augenhöhe mit dem MSCI World, gleichauf seit dem Vergleich, seit dem Start des Depots und das laufende Jahr sind wir sogar vorne. Der MSCI World bei ungefähr 6, ja so 6, 6, ja 6,5% vielleicht im Plus und wir sind bei über, also bei 10, bei über 10%. Also wirklich, wirklich schön. In diesem Jahr läuft also wirklich alles für uns. Jetzt kommt aber der Nasdaq dazu. Das ist jetzt krass, der Nasdaq seit dem Vergleich hinter uns, das kann ich euch schon mal sagen, wenn er jetzt hier mit reinkommt. Seid im Vergleich immer noch hinter uns, aber jetzt schaut euch mal die laufende Jahresperformance an. Der Nasdaq, unglaublich stark gelaufen, jetzt in diesem Jahr mit fast 20%, also wirklich, wirklich cool, wirklich, wirklich stark. Die Wertentwicklung haben wir jetzt also gesehen. Wir sehen, jetzt ist das Kuchendiagramm bei uns, der größte Wert bei uns. Salam, Microsoft. Dann haben wir LVMH, Apple, Molina, Energiekontor, Hulian, Loki, Amaresco, George & Dwight, Rexford und Nippon, Sanso. Wir gehen auf die Allokation, weil das will ich euch nochmal zeigen, auch für alle, die hier neu dazukommen, wie jetzt die Verteilung ist und warum ich da immer so drauf bestehe, eine schöne, breite Verteilung zu haben. Die Verteilung in den Werten kennen wir jetzt ungefähr. Wir schauen uns mal die Regionen, naja, kennen wir jetzt im Endeffekt auch. Und da zeige ich euch in den Ländern nochmal, das ist besser. Wir haben insgesamt 71% USA, was ich erst viel, aber ich finde es trotzdem einen okayen Wert. Dann haben wir Frankreich 11%, Deutschland 9%, Japan 7,63%. Also vier Länder eigentlich nur, aber trotzdem eine schöne Verteilung. Wir haben die USA als stärksten Aktienmarkt, wir haben Europa dabei und eben auch ein bisschen Asien, also im Endeffekt schon jeden Teil der Welt auch ein bisschen mit am Start. Wir haben die Branchen, Technologie ist bei 25%, ja, das ist der Hauptfokus so ein bisschen, muss man sagen, ein Viertel bei uns in Tech, eben mit Microsoft und Apple, meine Lieblings-Tech-Unternehmen. Dann haben wir zyklischen Konsum mit LVMH, dann haben wir Gesundheitswesen Molina, Versorger ist Energiekonto, Finanzen Hoolihan Loki, Industrie Amaresco, Basiskonsum Church & Dwight, Immobilien, Rexford und Grundmaterialien Nippon Sanzo. Also neun Branchen der großen elf, oder neun Sektoren der großen elf Sektoren mit am Start, finde ich aber neun Sektoren, wie gesagt, bei zehn Unternehmen finde ich wirklich schön verteilt. Das war mir ganz, ganz wichtig, eine schön breite Verteilung zu haben. Man kann natürlich immer noch so ein bisschen optimieren, aber mir gefällt das grundsätzlich sehr gut. Ich zeige euch mal ganz kurz eine Analyse, die kann man hier bei Xtra ETF, ist super spannend, und zwar kann man eine Analyse machen, eine historische Rendite natürlich erstmal, seit in den letzten zwölf Monaten eine Rendite von 5,29%. Das geht noch mehr, deswegen ist dieser erste Wert hier so ein bisschen im roten Bereich, aber da geht natürlich noch mehr, das ist klar. Jetzt sehen wir hier der zweite, das ist die gegenseitige Abhängigkeit. Die Kursschwankungen gleichen sich aus, das sollte Kursstürze abfedern. Also meine Interpretation ist, je geringer dieser Wert, desto besser. Die gegenseitige Abhängigkeit, die sollte nicht zu hoch sein. Also dass zum Beispiel das gesamte Depot nach oben schießt, und das gesamte aber auch fällt, das wäre mein, das fände ich zum Beispiel nicht so cool, wenn ich komplett mit dem Depot nach unten rausche, sondern wirklich auch ein paar Werte dabei habe, die das so ein bisschen ausgleichen können, und dafür ist eine Sektorenverteilung einfach unglaublich wichtig und eine Länderverteilung. Und den Wert finde ich okay, der könnte noch ein bisschen besser sein, aber ich finde den Wert, den wir hier haben, okay. Und wir haben die Risikobehaftung in der letzten, in der Vergangenheit, das ist glaube ich ein Jahr, ein Jahr, die, sagen jetzt mal die Vergangenheit, Risikobehaftung, da haben wir einen Wert von 27%. Also ich glaube, wenn man da bei 100 wäre, wäre es sehr, sehr risikoreich, Risikobehaftung, und wir sind bei 27, was eigentlich eine gute Kennzahl ist. Das wäre jetzt meine Interpretation von diesen drei Werten. Also grundsätzlich finde ich, das ist schon mal wirklich alles voll okay. Jetzt haben wir also in diesem langen Depot-Rückblick, sorry, oder in der Depot, ja in dem Rückblick der letzten Woche gesehen, die Gesamtperformance, wir haben aber auch den Vergleich zum MSCI World, die Einzelaktien, wie sie gelaufen sind, die Wochenperformance, den starken Wert Nippon Sanzu auch. Ich bin wirklich zufrieden mit dem Depot, man kann natürlich immer noch ein bisschen optimieren, aber grundsätzlich bin ich wirklich, wirklich happy und zufrieden mit diesem Depot. Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen und ihr seid zufrieden, weil ihr wollt, ihr da den Depot-Rückblick und ich hoffe, euch hat es jetzt ein bisschen gefallen. Gerne einen Daumen nach oben da lassen, kommentiert mal, wie gesagt, welche Aktien liefen gut bei euch, welche liefen nicht so gut bei euch, könnt ihr mir alle eure Gedanken reinschreiben und was ihr auch auf der Watchlist habt, was ihr gerne kaufen wollen würdet und würde mich sehr interessieren, was da so dabei ist, auch ein bisschen so eine Inspiration vielleicht auch für mich. Mal schauen, was da so kommt. Sorry, immer noch früh und ein bisschen nervös auch mit der Tochter in der Trage. So, vielen, vielen Dank fürs Anschauen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid auf dieser Reise, der Kanal wächst, kontinuierlich, Stück für Stück, das freut mich wirklich sehr. Vielen, vielen Dank für die Treue und wir sehen und hören uns im nächsten Video. Ich bin der Konstit, der Kanal heißt Einfach Aktien. Macht's gut, bis zum nächsten Video und tschau, tschau.